Herzlich willkommen bei der ASYMTA, der Akademie für systemische und tiefenpsychologische Psychotherapieausbildung. Interessierten bieten wir ein umfangreiches Therapieausbildungsprogramm und die Prüfungsvorbereitung für den Heilpraktiker für Psychotherapie an. In kleinen Gruppen und einer angenehmen persönlichen Atmosphäre vermitteln wir Ihnen die Grundlagen für eine fundierte psychotherapeutische Ausbildung. Wir fördern die Persönlichkeitsentwicklung durch Coachingausbildung und Teamentwicklung, um Gruppen- und Kommunikationsprozesse positiv zu gestalten. Mit therapeutischer Beratung, Familien- und Strukturaufstellung unterstützen wir die Erreichung von persönlichen Zielen. Gerne beraten wir Sie persönlich zu unserem umfassenden Angebot. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.